Das Jungpaleolithikum von Griech, Pi Alpha Lambda Alpha Iota Omikon Sigma Alt und Lambda Iota Theta Omikon Sigma Stein, bezeichnet den jüngeren Abschnitt der eurasischen Altsteinzeit von vor etwa 40.000 Jahren bis zum Ende der, letzten Kaltzeit um etwa 9.700 v. Chr. Der Beginn des Jungpaleolithikums wird mit der Einwanderung des anatomisch-modernen Menschen nach Europa gleichgesetzt. Menschliche Fossilreste Der moderne Mensch in Europa wurde in der Pestara-C-U-Oase mit relativ vollständigen Schädeln belegt und nach Trinkhaus zwischen 386 und 366. Jahrhundert, Kall, V.C., datiert. Diskutiert werden außerdem Fossilreste aus der Grotta del Cavallo und der Kent's Cavern, die allerdings nur Zähne und einen Oberkieferrest umfassen, Vor etwa 40.000 bis 30.000 Jahren lebten parallel zum eingewanderten Homo sapiens noch Neandertaler in Europa, denen zu dieser Zeit die Kulturen des Ziliziens und Schadlperonien zugeschrieben werden. Definitionsgemäß werden Kulturen des späten Neandertalers noch der vorangegangenen Periode des Mittelpaleolithikum zugerechnet. Die jüngsten Fossilfunde von Neandertalern stammen aus Spanien, Kroatien und von der Halbinsel Krim. Die Einwanderung von Homo sapiens wird aufgrund frühester Formen des Orinia-Sieng aus dem Nahen Osten und über den Kaukasus abgeleitet. Archäologische Kulturen des Jungpaleolithikums Hauptartikel Orinia-Sieng, Gravezien, Pavlovien, Solutrin, Magdalinien, Hamburger Kultur Mit dem Jungpaleolithikum ist bei den Werkzeugen aus Feuerstein ein neuartiges Klingenkonzept unter Anlage eines Leitgrades verbunden. Das bedeutet, dass auf dem Kern ein senkrechter Dorsalgrad angelegt wird, der ein geradliniges Abfließen des Spröbruchs entlang der Abbaufläche ermöglicht. Dieses Konzept unterscheidet sich von der auf Leva-Louis-Technik basierenden Klingenherstellung im Mittelpaleolithikum. Trotz einer graduellen Adaption des Jungpaleolithischen Klingenkonzeptes bereits in Übergangsindustrien, die noch wesentliche Elemente der Leva-Louis-Technik zeigen, kann erst das Orinia-Sieng als echtes Jungpaleolithikum bezeichnet werden. Daneben gibt es außer Feuersteinspitzen nun verstärkt solche aus Knochen, Geweih und Elfenbein. Knochenspitzen mit gespaltener Basis bilden eine Leitform des älteren Orinia-Siengs. Ein neues Werkzeug des Jungpaleolithikums ist der Stichel. Außerdem gibt es, verbunden mit der Einwanderung des modernen Menschen, nun erstmals Höhlenmalerei und Kleinkunst, Schmuck, Musikinstrumente und Elfenbeinfiguren. Das mittlere Jungpaleolithikum wird mit dem Auftreten rückengestumpfter Klingen und Spitzen sowie mit dem nur in Frankreich und Kantabrien. Auftreten in Solutrien definiert als spätes bzw. oberes Jungpaleolithikum werden das Magdalenien in Westeuropa sowie das Epigravertien im östlichen Mitteleuropa und Osteuropa bezeichnet. Im engeren Sinne endet das Jungpaleolithikum um 12.700 v. Chr. Im weiteren Sinne schließt es das Spätpaleolithikum mit ein und endet an der Pleistocen-Holocen-Grenze etwa 9.700 v. Chr. Spätpaleolithikum Hauptartikel Federmessergruppen Ahrensburger Kultur Im südwesteuropäischen Kerngebiet des Magdaliniens gibt es um 12.000 v. Chr. einen Übergang zum Azilien, das dem Epipaleolithikum zugerechnet wird. Für ein einheitliches Verständnis des späten Jungpaleolithikums werden die Kulturen am Ende der Weichseleiszeit im nördlichen Mitteleuropa daher als Spätpaleolithikum bezeichnet. Das Spätpaleolithikum beginnt mit der deutlichen Klimaerwärmung des Grönlandinterstadials 1c um 12.500 v. Chr., was dem Beginn des Mayendorfinterstadials entspricht. Die Grenzziehung zwischen Jung- und Spätpaleolithikum erfolgt im deutschen Sprachraum nicht einheitlich. 14c Daten der Hamburger Kultur entsprechen dem Mayendorfinterstadial, sodass bei einer klimatischen Definition die Hamburger Kultur ebenfalls dem Spätpaleolithikum zugerechnet werden sollte. Dem steht entgegen, dass die Hamburger Kultur zeitgleich mit dem jüngeren Magdalenien in Frankreich, Süddeutschland und Meeren war, so dass archäologische und klimageschichtliche Kategorien im Widerspruch zueinander stehen. In der Praxis wird der Konflikt meist umgangen, indem das Spätpaleolithikum dem Jungpaleolithikum untergeordnet und nur im Sinne archäologischer Kulturen des nördlichen Mitteleuropa verwendet wird. In Norddeutschland und angrenzenden Gebieten werden die archäologische Kulturen des Spätpaleolithikums nach typischen Werkzeugformen in die Federmessergruppen und die Ahrensburger Kultur untergliedert. Aufgrund fließender archäologischer Grenzen wird das Ende des Paleolithikums klimageschichtlich mit dem Ende der jüngeren Drüas und damit dem Wechsel der Erdzeitalter Pleistocen-Holozin definiert. Mikroliten als typische Form des Mesolithikums gab es bereits im Spätpaleolithikum, so dass hier archäologisch keine scharfe Grenze besteht. Klima und Umwelt erdgeschichtlich liegt das Jungpaleolithikum in der Periode des Jungs Pleistozehns. Klimatisch fällt das Jungpaleolithikum in den oberen Abschnitt der letzten Kaltzeit, deren zweites Kälte-Maximum um 20.000 bis 18.000 BP liegt. Nach teilweise interstadialen Bedingungen während des Orinia-Siengs mit feuchtgemäßigtem Klima herrscht während des Grabeziens kaltes und trockenes Klima vor. Das frühe Magdalien ist in Südwesteuropa durch ein Interstadial gekennzeichnet, bei ansonsten überwiegend kaltem Klima. Nach dem Abschmelzen der letzten großen Inlandvereisung gibt es im Spätglacial Mitteleuropas eine erste Wiederbewaldung im Allaude-Interstadial, die von einer letzten Kaltphase abgelöst wird. Während und vor allem am Ende der Weichsel-Würmeiszeit kommt es zum Aussterben vieler Pleistocener Säugetierarten. Das kann entweder mit Umweltveränderungen, Überjagung durch den Menschen oder einer Kombination beider Ursachen erklärt werden. Während der Höhlenbär bereits um 25.000 BP ausgestorben bzw. vom CRO-Magnon-Mensch ausgerottet worden ist, sind andere Großsäuger erst nach dem letzten Kälte-Maximum der Würm- bzw. Weichsel-Eiszeit verschwunden. Dazu gehören Höhlenlöwe, Vollnashorn, Riesenhirsch und Steppenwiesent. Das Mammut wurde aus Europa vollständig verdrängt und starb im Nordosten Sibiriens um 3000 v. Chr. aus.